Es war ein ganz normaler Tag in Ponyville. Die Sonne schien, die Vögel sangen und alle Ponys waren glücklich. Doch plötzlich verdunkelte sich der Himmel und war von Flügelschlägen erfüllt. Wechselponys, die der bösen Queen Chrysalis unterstehen, fielen in Ponyville ein. Sie stahlen alles um sich und fingen Ponys in den bösen Kokons ihrer Königin ein. Sie kamen auf das Schloss herab und mit ihren Helfern zerbrach sie ein altes und magisches Buntglasfenster, was für Chaos im Schloss sorgte. Doch am schlimmsten war, dass sie die Elemente der Harmonie an sich nahm und sie zerbrach. Die Stücke wurden in ganz Equestria verstreut. Jetzt müssen die Main Six wieder alles in Ordnung bringen. Finde, was gestohlen wurde. Repariere das Buntglasfenster und lage den Wechselponys in ganz Equestria nach, um die Elemente der Harmonie dorthin zurückzubringen, wo sie hingehören. Alle Ponys auf zur Rettung! Alle Ponys sind so froh, dass du hier bist. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen diese Wechselponys finden. Holen wir uns dieses Buntglasstück! Ja, und herzlich willkommen zu einem anderen Game, auch gefunden. Ein Pony muss eine Auswahl haben! Rarity würde ihm sicher zustimmen! Danke, dass die Option auch noch kommentiert. Und jetzt muss ich mal gucken... Und jetzt muss ich mal gucken... Wer ist denn das Spiel überhaupt? Ähm, es heißt Glaube, My Little Pony eher muss mit Quest. Ein Pony muss eine Auswahl haben! Rarity würde dem sicher zustimmen! Ist es Glaube? Ah, wir machen einfach mal! Für diese Mission werden nur zwei Ponys gebraucht. Welche Ponys sollen diese Aufgabe lösen? Tippe einfach die an, die du mitnehmen willst! Apple Tech! Twilight Sparkle! Genau! Genau! Und dann kann Apple Jack Dinge umwerfen, die schwer erreichbar sind! Hä? Ah! Ah! Dann muss ich den Schlüssel abwerfen! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Du holst auf! Dreh die Blöcke links so, dass sie dem Symbolen rechts entsprechen! Dreh die Blöcke links so, dass sie dem Symbolen rechts entsprechen! Das war knapp! Ja! Ja! Okay, das ist ein bisschen... Du holst auf. Was jetzt? Suche dir ein Pony aus. Wer soll es? Applejack hat einen kräftigen Tritt drauf. Je schneller du drückst, desto schneller tritt sie. So gute Muffins macht nur Appleblue. Sie will sie bestimmt zurückhaben, bevor sie jemand aufisst. Fast geschafft. Aufgepasst! Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wähle ein Pony aus. Twilight Sparkle kann Dinge mit ihrer Magie bewegen. Bewege den Gegenstand mit deinem Finger an die richtige Stelle. Wow! Jetzt gibt es Muffins zum Nachtisch. Appleblue ist außer sich vor Freude. Du holst auf. Erwischt! Bringen wir es dahin, wo es hingehört. Stück für Stück werden wir sie alle finden. Ein Element der Harmonie. Los, holen wir es uns! Ich muss sagen, ist gar nicht mal so schlecht. Ohne Pinkie Pie wird das sicher nichts. Aber sieh nur, Queen Chrysalis hat einige der Ponys verzaubert und sie in einen tiefen Schlaf geschickt. Twilight Sparkle. Ponys auf zur Rettung. Das glitzernde Crystal Empire. Was für ein Anblick. Hey! Das Wechselpony hat ein Element. Die Jagd geht los. Fast geschafft. Okay, das geht ein bisschen auf den Jav. Was jetzt? Zerstört diesen verkrusteten alten Kokon. Was jetzt? Wir werden dieses Kussel mitten links lösen. Du hast es geschafft. Ohneut, er tonnet jedes Mal. Aufgepas! Pinkie Pie's Kanz wird böse Gestalten in eine Trance versetzen. Gut mitgedacht. Zurück auf die Suche. Ich glaube, das ist mehr für kleine Kinder gedacht. Aber die Sprecher wiederholen sie sind. Gott, ihr habt es geschafft. Super! Bringen wir das Stück nach Hause. Langsam aber sicher bringen wir alle Elemente wieder nach Hause. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die anderen müssen wir auch noch finden. Oh nein! Die Wechselpony sind überall. Natürlich Werbung. Nein! So. Ja, das ist wieder ein... Ich glaube, das heißt My Little Pony Quest. Ja, wie man schon merkt, es ist mehr für Kinder zugeschnitten. Ein Pony muss eine Auswahl haben. Rarity würde dem sicher zustimmen. Begleitkommentare aus. Das geht nämlich langsam unmöglich einen auf den Nerv. So. So. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder. Wenn man heißt, wir müssen Equestia mal wieder retten. Und ich glaube, warte mal, war das nicht die Staffel 4? Die hier nacherzählt wird. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass es die Staffel 4 ist. Ja, ähm. Falls ihr... Nein, ihr braucht keine Angst haben. Ich habe jetzt nicht hier einfach mein Little Pony-Spieler rausgesucht. Nur weil ich jetzt keinen Bock auf das andere habe. Nein, 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 nein. Da bin ich mal drüber gestolpert. Weil ab und zu kommen mal neue Spiele rein. Da habe ich die jetzt gefunden. Und nochmal mal die Mama. Wobei, das ist mehr hier eine Erzählung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, schreibt es unter die Kommentare. Wie gesagt, ich habe jetzt vor kurzem noch eins gestartet. Wie gesagt, schreibt es unter die Kommentare. Wollt ihr mehr sehen? Wie gesagt, ich bin mein Little Pony-Fan. Und ja, ganz wichtig, falls noch der ein oder andere nicht mitgekriegt hat, Und im Oktober dieses Jahres ist in Amerika der vierte Film von My Little Pony Equestia Girls angelaufen. Das heißt, wir dürfen uns beide auf einen vierten Film aus Deutsch freuen. Ja, und soviel sage ich mal. Bis denn nun. Bye. Wieder bei My Little Pony Crashed. Bye. Amen. Bye.